Klima- und Energiehysterie ist ja das, was uns demnächst richtig auf die Füße fallen wird, wenn die mit ihren Planungen durchkommen. Deshalb einige Worte in eigener Sache. Am nächsten Dienstag tagt dieses ominöse Gremium, was sich regionaler Planungsverband nennt, in Kuba zwischen 15 und 17.30 Uhr, um darüber zu verhandeln, wie sie unsere Heimat weiter mit Windindustrieanlagen zerstören können. Wir vom freien Horizont werden da eventuell eine Mahnwache vorab durchführen. Das geht aber noch durch die Chats und Social Media, wenn wir es denn anmelden. Wenn wir es anmelden, 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr seid ihr auch eingeladen, aber die Einladung kommt noch in den verschiedenen Chats und Social Media Kanälen rum. Das ist auch ein wichtiges Feld, um diesem Wahnsinn Einhalt zu gebieten, wenn es nicht fast schon zu spät ist. Wie gesagt, Einladung folgt. Und jetzt gebe ich zum Schluss das Wort an Uwe. Fün丸! Fün丸! Vielen Dank.